Das ist Kokosfett. Das wird direkt presst aus den Kokosflocken. Deswegen darf es sich nicht Öl nennen, weil das Öl wird aus der Kokosnuss direkt presst. Dann gibt es hier noch einen Unterschied und zwei Arten. Nämlich eines ist desodoriert, das heisst es ist nachbehandelt. Es wird entweder geklärt, dass es nicht so eine weisse Farbe hat wie das hier. Oder es wird zum Beispiel nach der Klärung der Geschmack noch etwas vom Kokosnuss entzogen. Und dann ist es eben desodoriert. Das hier ist selbstverständlich nicht desodoriert. Aber es darf sich halt nur Fett nennen, aufgrund dessen, dass es aus den Flocken heraus gepresst worden ist. Das kann man auch zum Beispiel nehmen zum Frittieren. Ich nutze es zum Kochen. Ich nutze es vor allem zum etwas Anbraten. Der Geschmack ist leicht nach Kokosnuss. Wenn man aber im Essen verschiedene andere Gewürze nimmt, dann fällt der Geschmack eigentlich gar nicht auf. Und du kannst es zum Beispiel nutzen zum Frittieren auch. Also ist machbar. Ich habe auch schon zum Beispiel, wenn ich ein Gartenblöck gemacht habe oder so, dann habe ich ein bisschen mehr Kokosfett bzw. Kokosöl genommen, um das auszupacken in der Pfanne. Und wenn du zum Beispiel ein bisschen Magenbrenner hast oder so, dann hast du das Kaffeelöffel voll von dem Kokosfett. Und dann kannst du entsprechend deine Magensäfte ein bisschen beruhigen. Es ist sehr hochwertig. Es ist bio, das hier. Und vor allem ist es auch entsprechend mit gesättigten Fettsäuren, nämlich von 100 Gramm über 92 Gramm, die drin sind. Das heisst, sehr gut verwertbar für deinen Körper und auch sehr gesund. Es soll Leute geben, die das löffelweise essen. Ich kenne mehrere Personen, die auch immer wieder bei mir bestellen, die sagen, sie täglich mit dem ihren Tag beginnen und nehmen das Kaffeelöffel voll, dann das Gaumen. Die Italiener machen das zum Beispiel mit dem Olivenöl, andere machen das mit dem Kokosfett oder Kokosöl.